So Freunde, jetzt mal wieder Pranktime angesagt. Momentan macht ja so ziemlich jeder YouTuber Pranks. Bitch please, da müssen wir natürlich auch wieder welche machen. Aber Leute, passt auf, ich versuche heute Lars zu pranken. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn dieses Format hat einen Twist. Bleibt einfach bis zum Ende dran, dann werdet ihr es herausfinden. Schnappen wir nicht so lang, heute der Bloody Mary Prank. In diesem Bad wird der Prank stattfinden. Lars, der kleine nichtsahne Schlingel, kommt gleich hoffentlich. Weil der immer so spät ist, habe ich schon mal alles aufgebaut. Beziehungsweise hingestellt. Schauen Sie sich das an. Also Freunde, Lars hat geklingelt. Ich muss direkt die Kamera verstecken und den hier hochholen. Die sieht man nicht. So, alles blöd. Ja, warum hast du an deinem iPhone keine Hülle mehr? Das schackt zu sehr ab, Junge. So ist viel schöner. Ja, aber man kann doch leicht zerkratzen, Digga, ey. Was macht man denn, weiß ich überhaupt nicht? Du siehst, ich war wieder fleißig, hab alles vorbereitet. Sehr gut. Okay, also ich sag dir jetzt die Idee, aber raste nicht direkt aus dem Rassist. Ja, du hast eine Idee, ey. Ja, klar. Schon wieder gar nichts, Helder. Kennst du mich, ey. Ja, ich weiß, deswegen, ich bin The Brain, aber du bist The Mustard. Und für ein Tag Team wäre das echt schon gut, oder ist denn mehr? Also pass auf. Okay. Wir machen heute noch mal, ein Mal, letztes Mal Bloody Marys. Hä? Warum? Okay. Wir machen schick, schlack, schluck, wer ins Bad muss. Bis eins? Ja, und der Verlierer der Mustard macht. Oh shit. Ich muss kurz überlegen, was der Lippen ist, ey. Okay, okay. Schnick, schlack, schluck. Ja! Nice, Junge. Scheiße, ey. Junge, immer Stein, Alter, das ist so easy bei dir. Ich würde sagen, einer nimmt eine Kamera mit rein, einer ist mit einer Kamera draußen. Und das ist fair. Ja. Damit ich auch weiß, dass du dann keine Scheiße machst, wenn ich hier im Bad bin. Ja, guck mal hier. Hier liegt doch schon die Glir. Machst du mal an. Jo. Ja, haben wir eigentlich alles. Ja. Kerzen habe ich auch schon geholt. Yo, Leute, was geht ab, Mann? Heute geht's auf jeden Fall wieder hier gruselig zur Sache. Und zwar, heute kommt mal wieder die Bloody Mary Challenge. Aber Leute, passt auf. Und deswegen geht's jetzt direkt los. Wir quatschen nicht lang rum. Ich muss in das Fahrrad, Leute. Time check. Okay. Achso, nee, ich meinte Uhrenvergleich. Bro. Ich kann. Ja, ja, okay, okay. Moment mal, ich muss hier natürlich noch die Kerzen anmachen, fällt mir gerade auf. Ah, scheiße, ich bin schlecht in sowas. Okay, kurz Synchronisations-Clap. Klatsch einmal. Okay, sollte gehen jetzt. So, Leute, es fängt dich jetzt an, Alter. Tür zu. Die haben wir überhaupt so lange, ne? Unglaublich. Einmal fällt. Mach mal Licht aus, würde ich sagen. Ach, du Scheiße. Okay, Leute. Kerzen sind am Stizzle. Ähm, ja, es geht los, würde ich sagen. Also, Lars, du weißt, ich drehe mich und so, bla bla bla. Okay, ich sag go und dann kannst du anfangen, okay? Ja, okay, dann sag go. Okay, bist du bereit? Jo. Okay, go. Puh. Bloody Mary. So, Quatsch. Bloody Mary. Bloody Mary. Was machst du da drinnen, Alter, ey? So ein Faker, der Junge, ey. Regt mich da schon wieder auf, ey. Will mich hier verarschen, oder was, Alter? So ein Quatschmacher, ey. Komm, jetzt mal raus. Bist du eigentlich geistig behindert, Alter? Jetzt komm da raus, Mann. Junge, Junge, ey. Da krieg ich zu viel bei dem Jungen, ne? War's das jetzt, Lukas? Ich würde jetzt gleich gern das Auto drehen und dann ab nach Hause essen. Ich weiß halt nicht, was mit dem Jungen los ist. Was macht der da, ganz ehrlich, ey? Ich denke, der kann mich hier verarschen, ne? Aber ich lass das nicht mal machen. Ich bin nicht so weiß. So, Lukas. Kommen Sie jetzt mal. Ja! Willst du mich verarschen? Ich komm jetzt rein, ne? Also jetzt keinen runterholen. Ich hoffe, du machst keine perverse Sachen. Und jetzt erschreck mich mit ihm nicht, Alter. Wie legst du da auf den Boden, Alter? Holy Mann. Ich weiß, dass du da optimistisch stehst. Alter, hä? Digga. Ey, Junge. Was geht dir wieder? Hä? Was ist das? Hey, hat der überhaupt hier... Alter. Was zum Teufel. Was geht denn los? Ah! Ah, Digga, Alter! Wow! Ah, Digga, Alter! Ah, Digga! Was hast du gemacht, Mann? Scheiße, ich reiß dir alles an. Digga, ich... Oh, mein Gott. Holy, Alter! Was? Ach, so gerade, Alter. Junge, was ist denn hier los, Mann? Ich wollte erst noch... ins Klo gucken, Digga. Du bist das Fenster mit ein. Ja, Junge. It's a prank! It's a prank! Mann, Alter. Das ist so ein Schiss, hier reinzugehen, ne? Ich dachte, du stehst so dahinter und springst mich so an, ne? Ich will es niemals tun. Das ist der erste Teil unseres neuen Formats. Ist dieser Prank real? Oh, na? Ihr seid gefragt. Ihr müsst entscheiden, ist dieser Prank real gewesen? Was ich sehr stark annehme. Oder war er fake? Tja, Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ob mich da Lukas wirklich verarschen konnte. Oder ob ich vorher involviert war und mitgespielt habe, Leute. Das sehen wir dann auf jeden Fall nächste Woche. Wenn es wieder heißt... Ist dieser Prank real? Oh, na? Haha, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Wir wissen es ja selber nicht, Leute. Und gebt diesem Video ein Like, wenn ihr das neue Format feiert. Ciao!